Keine Grundrente, keine große Koalition mehr. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die SPD macht ernst. Das Klimapaket wurde abgeschlossen. Die SPD musste hier auch viele Kröten schlucken. Das heißt, sie konnte nicht alles durchsetzen, was sie hier haben wollte. Und Politik ist ja nichts anderes als ein großer Kompromiss. Eine Hand wäscht sozusagen die andere. Die CDU muss sich nun auch bewegen. Und zwar bei der Grundrente. Aktuell tagt ja die Arbeitsgruppe oder Arbeitskommission zum Thema Grundrente. Und es geht hier um die Frage, ob bei der Grundrente eine Bedürftigkeitsprüfung oder eine Einkommensanrechnung mit eingeführt wird. Die SPD ist strikt gegen die Bedürftigkeitsprüfung. Und so gibt es also hier praktisch diesen Streit in den beiden Parteien. Kommt es nicht zu dieser Grundrente, und das hat Lars Klingbeil von der SPD so anklingen lassen, bricht die große Koalition auseinander. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen und der Grundrente eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Mengenstelle